Hallo, ich bin Pavel, ich bin ganz neu hier. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Arena. Ich habe eigentlich keine so schönen Erinnerungen an die Sparkassen-Arena, weil wir hier tatsächlich immer bitter untergegangen sind mit allen Mannschaften, mit denen ich hier war. Ich habe in Gippingen sechs Jahre gespielt und es ist immer besonders gegen die Mannschaft zu spielen, weil ich in der Stadt noch sehr viele Freunde habe, obwohl ich in der aktuellen Mannschaft nicht mehr so viele Spieler habe, mit denen ich gespielt habe. Es wird schon sehr besonders für mich sein, aber zum Glück hatten wir schon zwei Spiele hier in der Halle vor den vielen super Zuschauern. Mein Ziel ab sofort ist, nie wieder in der Sparkassen-Arena zu verlieren. Nein!